Die Beratung.de-Redaktion empfiehlt folgendes Unternehmen. Vom ersten Kontakt bis hin zum Abschluss beim Notar. Die Profis der Brenner Immobilien GmbH sind ihre zuverlässigen Ansprechpartner für den Verkauf und die Vermietung von Liegenschaften. Tobias Brenner ist diplomierter Sachverständiger sowie zertifizierter Gutachter und steht Ihnen als Berater, Makler, Bewerter und Vermittler zuverlässig zur Seite. In seinem Unternehmen in Dinkelsbühl bietet er gemeinsam mit einem qualifizierten Team erstklassige Beratung rund um Wohnobjekte in den Landkreisen Mittelfranken, Ostalbkreis, Schwäbisch Hall und Donau-Ries. Dabei liegen in jedem Fall Ihre Wünsche und Anliegen im Fokus. Zahlreiche zufriedene Kunden schätzen das faire und offene Miteinander sowie die jahrelange Erfahrung in der Branche. Brenner Immobilien GmbH – Ihre Experten für alles rund um Immobilien. Lehrermobilien GmbH – Niedels